Steigende Schulden, die Vermögenden sollen stärker belastet werden. Das Thema Lastenausgleich geistert momentan durch die sozialen Medien und findet dementsprechend auch seinen Niederschlag in Fragen von Anlegern und Mandanten. Wir wollen uns dem Thema also kurz nähern und vor allem auch die ganze Thematik einordnen. Zunächst das Thema Lastenausgleich. Sie können das Thema sehr gut im Internet nachvollziehen. Achten Sie dabei auch auf die Seriosität der Quellen, weil ein Aspekt ist auch klar. Das Geschäft mit der Angst basiert natürlich darauf, Menschen zu verunsichern und ihnen danach Lösungen anzubieten. Ob diese Lösungen eher dem Anleger dienen oder doch dem Anbieter dieser sogenannten Vermögensschutzmaßnahmen, das muss jeder für sich selbst beurteilen, aber eine seriöse Einschätzung sollte auf jeden Fall eingeholt werden. Wenn wir uns das Thema Lastenausgleich also anschauen, hier zusammengefasst, Sie wissen, das war nach dem Zweiten Weltkrieg eine Maßnahme, um Effekte zu kompensieren. Wichtig, hier waren besonders Immobilieneigentümer betroffen, aber ein wichtiger Aspekt, Sie sehen das hier, auf Basis eines berechneten Vermögenswertes wurden 50% angesetzt und dann wurden über 30 Jahre eben rund 1,67% in diesen Ausgleichstopf eingezahlt. Also das schon mal ein wesentlicher Aspekt, diese Streckung über einen Zeitraum von drei Jahrzehnten, was in vielen Fällen dazu geführt hat, dass viele vermögende Personen und Haushalte konnten diese Belastung relativ gut tragen und die echte Belastung der Vermögenssubstanz zwar vielleicht deutlich geringer als das, was heute mal gerne suggeriert wird. Also, dementsprechend, nun diese Diskussion wurde durch eine Gesetzesanpassung eines Begriffs hier der Boden geschaffen, um zum 1. Januar 2024 oder noch rückwirkend die Möglichkeit zu schaffen, eine sogenannte Lastenausgleichsabgabe oder auch Vermögensabgabe, wie auch immer, gestrickt darzustellen. Und wenn wir uns dem Kern der Frage nähern, dann können wir das hier nachvollziehen, was wären denn eigentlich die Konsequenzen einer höheren Steuerbelastung und weiter gedacht, was wäre denn eine Konsequenz einer Steuer, die sich auf die Vermögenssubstanz bezieht? Weil eigentlich haben wir ja gar keine Vermögenssubstanz, weil wenn wir das historische Vorbild nehmen, also der Streckung über 30 Jahre, dann wirkt es doch eher wie eine zusätzliche Steuer auf den Ertrag. Und wenn wir uns das vergegenwärtigen, dann stellt sich natürlich die Frage, wie sollten denn Anleger, Vermögende, Privatpersonen nun reagieren, die vor sowas Angst haben könnten? Und dann sehen wir hier, klar, bezogen auf die Vermögenssubstanz, man könnte sich überlegen, Vermögen im Familienkontext zu verteilen, sofern Familienmitglieder da sind. Also Ausnutzung von Freibeträgen hier ein Thema. Im Wesentlichen dann die Instrumente, die wir aus den Aspekten der vorweggenommenen Erbfolge kennen. Also ob jetzt der Einsatz von Familiengesellschaften, Familienpools, ob der Einsatz von vermögensrechtlich sinnvoll einzusetzenden Versicherungslösungen, Stichwort gesplittete Versicherungsnehmereigenschaft, vielleicht auch mal eine Familienstiftung ab gewissen Vermögensgrößen. Also alles in allem, muss man sagen, klassische Überlegungen, die gut erprobt sind aus der vorweggenommenen Erbfolge, die seriös und bekannt sind, die steuerlichen Konsequenzen gut einzuordnen. Also etwas, wo man sagen kann, zum einen wirtschaftlich sinnvoll und zudem die Sicherung des Familienfriedens, auch hier oft zu Lebzeiten besser, als wenn es zu ungewollten Erbengemeinschaften kommt. Also Sie sehen schon hier, die Angst vor einer Vermögensabgabe, vor einem Lastenausgleichsgesetz, sollte eher der Katalysator sein, um sinnvolle Varianten und sinnvolle Überlegungen, die ohnehin anstehen würden, vielleicht mit einer gewissen Konsistenz zu verfolgen. Da wir aber auch gesehen haben, es wirkt ja eher auf den Ertrag aus den Vermögensanlagen, also wie eine zusätzliche Steuer, haben wir natürlich auch den Aspekt, kann ich meine Anlagestrategie anpassen, vielleicht eine höhere Aktienquote oder auch eine andere steuerliche Effizienz. Auch da gibt es ja gesetzlich klar definierte Mechanismen. Und wenn man sich sowohl die Steuereffizienz in vielen privaten Haushalten anschaut, bei den Kapitalanlagen oder auch die Anlagestrategie, speziell das Vermögen der privaten Haushalte, eher sehr, sehr defensiv, sehr zinsorientiert, sehr nominal, wertlastig angelegt, dann sehen wir schon, sie haben verschiedene Möglichkeiten, sich sinnvoll zu positionieren. Wiederum auch, Sie sehen es ja schon, beide Aspekte sind ohnehin wirtschaftlich sinnvoll. Und daher aus unserer Perspektive, es macht wenig Sinn, jetzt sich zu sehr verunsichern zu lassen, Vermögensabgabe, Lastenausgleich und ähnliches, das sind natürlich tolle Schlagzeilen in den Medien, respektive natürlich auch in YouTube-Videos, das sollte man eher nutzen und sagen, okay, wir sind sensibilisiert für das Thema Steuern, nutzen aber dann die klassischen Instrumente und sinnvolle Überlegungen der Vermögensstrukturierung, um uns diesen Fragestellungen zu nähern, diese im Rahmen einer Finanzplanung abzubilden, zu überlegen, welche Auswirkungen haben denn Maßnahmen auf die Vermögensstruktur, auf die Liquidität, auf die Rentabilität, auf die Liquidität, auf die Steuer und wenn das simuliert ist, dann kann man überlegen, was will man umsetzen und dann werden sie in vielen Fällen bei den Instrumenten landen, die Steuerberater, Rechtsanwälte und Finanzplaner im Gesamtkontext sinnvoll umsetzen können. Es gibt also keinen Bedarf an irgendwelchen obskuren Vermögensschutz- oder Asset-Projection-Lösungen, die meistens nur dem Anbieter, aber nicht dem Anleger nutzen. In diesem Sinne darf ich Ihnen eine gute Zeit wünschen, bleiben Sie gesund, bis bald, auf Wiedersehen.